Hallo, ich bin Elisabeth Schmidt, erste Vorsitzende des Hospizvereins Neustadt an der Eich. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und im gesamten Großraum Neustadt an der Eich tätig. Wir begleiten Menschen in der letzten Lebensphase und helfen deren Angehörigen und Zugehörigen mit dieser schwierigen Situation zurechtzukommen. Ich selber musste diese schlimme Erfahrung vor ein paar Jahren machen, als ich meine Mama in der Sterbephase begleiten durfte. Eine Erfahrung in meinem Leben, die mir gezeigt hat, wie endlos das Leben ist. Aber auch, dass wir die Erinnerungen an unsere Liebsten immer bei uns tragen. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und wohne in Münsteinach. Nach meiner Ausbildung studierte ich Maschinenbau und erlernte den Beruf des technischen Redakteurs, in dem ich bis heute tätig bin. Als Ausgleich zu meinem überwiegend sitzenden Job verbringe ich viel Zeit im Garten oder gehe gern wandern und genieße dabei die Natur. Sehr gern mag ich den Wechsel der Jahreszeiten und halte diese gern in Bildern und Fotos fest. Zum Hospizverein kam ich 2021, als ich die Ausbildung zur Hospizbegleiterin machte. Ich begleitete danach zwei sehr nette Menschen und dies hat mich in meiner Entscheidung bestärkt, dieser gemeinnützigen Tätigkeit nachzukommen. Menschen helfen, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Doch wie das Leben so spielt, alles entwickelt sich weiter und verändert sich. Und so hat man mir die Chance gegeben, den Hospizverein zu leiten. Es hat schon einige Überlegungen gebraucht, ob ich dieser Verantwortung gewachsen bin. Ich bin froh und dankbar, dass man mir das Vertrauen entgegengebracht hat, den Hospizverein als erste Vorsitzende leiten zu dürfen. So kann ich meine Erfahrungen auf eine neue Art und Weise einbringen, den Menschen helfen. Natürlich ist es auch eine sehr große Verantwortung. Dessen bin ich mir bewusst und ich werde alles dafür tun, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Scheuen Sie nicht den Weg zu uns. Wir sind für Sie da. Egal zu welchen hospizlichen oder palliativen Themen, ob Begleitung, Beratung, Aus- und Weiterbildung oder Engagement für den Verein, wir helfen Ihnen gern. Unser Hospizbüro ist in Neustadt an der Aisch, in der Bamberger Straße 27 im ersten Stock. Besuchen Sie uns gern persönlich zu den Bürozeiten. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Auf unserer Website hospiz-nea.de finden Sie alle wichtigen Informationen und auch Informationen zu unseren Aufgaben. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da.